Ja, da warte ich wieder bei Toso mit Let's Beats Karim, die Unendliche und wir haben dann noch ein Buch im Inventar, das noch nicht gelesen wurde und recht interessant klingt, nämlich Weißlauf für den Ehrenmann. Und wenn ihr dann jetzt seht, wer das geschrieben hat, dann gehen euch wahrscheinlich auch die Augen auf Weißlauf und seine Frauen von Michael den Barden. Ja, klingt ja vielversprechend. Willkommen daher zu diesem unentbehrlichen Führer. Auf diesen Seiten werde ich, ihr ergebenster Autor und Führer, Ihnen die großartige Stadt Weißlauf näher bringen, das Juwel des Nordens. Weißlauf bietet einem Mann auf der Suche nach abenteuernd Reichtum und Geselligkeit viele Attraktionen, ganz gleich, ob nur für eine Nacht oder für ein ganzes Leben. Die Stadt hat nicht nur eines, sondern zwei lohnenswerte Tavernen zu bieten und Mädchen und Damen gibt es hier in Hülle und Fülle. Die Stadt liegt im Herzen von Himmelsrand, was den Vorteil hat, dass man überall schnell hinkommt. Hoch oben auf der Spitze eines felsigen Berges gelegen, über Rad Weißlauf die umliegenden, grasbedeckten Ebenen. Hohe Holzzäune schützen ihre Bewohner vor Wölfen, Mammuts, Banditen und anderen Gefahren, die außerhalb der Stadt lauern. Wenn ihr die Stadt durch das Haupttor betretet, landet ihr im Tieflandbezirk. Es wird so genannt, weil er der am niedrigsten gelegene der drei Stadtbezirke ist. Aber hier befindet sich die beflagte Meere, die für mich zu den wunderbarsten Tavernen in ganz Himmelsrand zählt. Das Interieur ist ziemlich anziehend, wenn man einen geübten Blick für das schönere Geschlecht hat. Hinter der Bar steht ein kräftiges Mädel namens Hulda. Lasst euch durch das kühle, nordische Äußere nicht täuschen. Sie ist von der gleichen feurigen Leidenschaft besessen, die alle Nordfrauen so verzweifelt zu verstecken versuchen. Sadia, die Kellnerin, ist eine exotische, rotwardonische Schönheit. Sie ist sehr geheimnisvoll und euer ergebenster Autor ist wild entschlossen, ihr ihre Geheimnisse zu entlocken. Vor der beflagten Meere liegt ein kleiner Marktplatz und hier ist der Ort, an dem ich die wahre Liebe gefunden habe. Obwohl ich nie einen anderen Jagdhund von der Jagd abhalten würde, denn warum sollte ich sonst diese Bände schreiben, wenn es mir nicht darum ginge, gerade in dieser Hinsicht meinen Ratschlag anzubieten, muss ich euch bitten, mir diesen einen Gefallen zu tun. Sie heißt Carlotta Valentina und ist eine umwerfende Schönheit, die sich tagsüber ihr karges Einkommen mit dem Verkauf von Brot, Obst und Gemüse verdient. Bei den Göttern eines Tages wird diese temperamentvolle Schönheit mein sein. Und natürlich finden sich auch andere Dienstleistungen im Tieflandbezirk. Bellators Gemischtwarenladen bietet dem abenteuerlustigen Reisenden Kleidung verschiedener Art und Arcadias Kupferkessel hat alle Mittel und Kräuter im Angebot, die man in einem Trankmischerladen erwartet. Arcadia selbst ist eine liebenswürdige Person. Ich besuche sie oft, um ein wenig zu schwatzen, da sie auch eine kaiserliche Fernab der Heimat ist. Sie ist jedoch etwas zu alt für meinen Geschmack. Ein Gentleman reiferen Eralters könnte in ihr eine würdige Gefährdien finden. Solltet ihr eure Klinge schärfen oder eure Rüstung ausbessern lassen wollen, bietet die Kriegsjungfer Schmiededienste ganz in der Nähe des Haupttores an. Die Schmiedin ist eine hübsche Nord namens Adrienne Avenici. Sie ist jedoch mit einem großen, brutalen Kerl namens Ulf Bärs Kriegsbär verheiratet. Hahaha, Adrienne ist ziemlich hübsch, aber ich würde nur ungern mit der scharfen Schneide der Kriegs-Axt ihres Mannes Bekanntschaft machen wollen. Wenn verheiratete Damen eure Lieblingsbeute sind, dann nur zu, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. In der Nähe der Schmiede befindet sich der trunkene Jägersmann. Hier treffen sich die etwas beduchteren Gentlemen, um gemeinsam ein Glas zu heben und Gerüchte aus aller Welt auszutauschen. Wenn ihr eine etwas gepflegte Gesellschaft Wert legt, während ihr euren guten Wein genießt, werdet ihr euch hier zu Hause fühlen. Über den Windbezirk habe ich nur wenig zu sagen. Die meisten Gebäude auf der zweiten Ebene der Stadt sind Wohnhäuser, obwohl es auch einen Tempel von Künaret und Yawaskar gibt und die Medhalle der Gefährten sich hier befindet. In der Medhalle gibt es ein paar faszinierende Aussichten, falls ihr starke und furchtlose Kriegerinnen bevorzugt. Beim Tempel werdet ihr jedoch nur wenig Beute finden. Die Priesterin Danika, reine Quelle, interessiert sich fast ausschließlich für spirituelle Belange. Als letztes kommen wir nun zum Wolkenbezirk, dem Sitz des Jadalschlosses. Ich hatte einige lustige Abende innerhalb der Mauern von Drachenfeste, dass man, das kann ich euch sagen, die Serviermädchen lassen sich leicht von einem Wortgewandten Kaiserlichen beeindrucken. Schließlich sind die Nächte in Himmelsrand ziemlich kalt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich möchte nicht leugnen, dass ich ein oder zweimal das Stadtgefängnis von innen gesehen habe, das sich in den unteren Ebenen des Palastes befindet. Versucht im Jadal und seinen Hof statt tunlichst aus dem Weg zu gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie weder Spaß verstehen, noch die kaiserliche Kultur wertschätzen. Abgesehen davon sind alle reiche Männer und damit eure größten Konkurrenz. Die Nacht sind im Grunde einfache Leute und lassen sich nur zu leicht von edler Kleidung und einem Geldbeutel voller Septime beeinflussen. Nun möchte ich dieses Werk beenden und euch viel Erfolg bei der Jagd nach Frauen und Wein wünschen. Nehmt euch einen Moment in euren Schwelgereien und denkt an mich, euren ergebendsten Autor und die Risiken, die ich eingegangen bin, um euch diesen höchst ausführlichen Bericht zu liefern, der alle Dinge von Interesse für den anspruchsvollen Gentleman in der großartigen Stadt Weislauf abdeckt. Ach, aber ich werde nicht lügen und behaupten, dass es nur beschwerlich war. Wer möchte denn allein in einem kalten und harten Land wie diesem schlafen? Ich nicht. Ja Leute, das war eine schöne Beschreibung von Weislauf. Und anscheinend haben die Baben ja wirklich einen Stein im Brett bei den Damen. Also, das nächste Mal machen wir da einen Besuch in der Kascheme wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so sieht und ich wünschen euch noch eine angenehme Nacht. Eine angenehme Nacht, heute ist ein Frosch im Maul. Ciao Leute, bye bye.